So Leute hier bin ich wieder einem neuen Video zu Dragon Ball Mugen wie gesagt das ist ja meine eigene Version das heißt also hier sind meine eigenen erstellten Charaktere drinnen alles Hier war mal letztes mal haben wir schon diese ganze Charaktere eigentlich gemacht deswegen würde ich eigentlich gerne beim Gucku weitermachen ich weiß nicht ob wir den jetzt schon hatten wenn nicht ist aber auch nicht schlimm denn er ist ein echt verdammt cooler Charakter Wir kämpfen mal gegen Trunks dieses Spiel echt total verlernt Deswegen entschuldige ich mich schon mal dafür Deswegen bin ich auch im Trainingsmodus jetzt einfach mal Genau Na genau jetzt komme ich schon langsam wieder rein Oh ich sehe wie gesagt hier oben ist richtig geil Oh ich sehe wie gesagt hier oben ist richtig geil Was machen wir nochmal ob Okay Wie gesagt ich muss erstmal wieder reinkommen in das Spiel Okay da machen wir die Ulti gut Das ist auch schon mal wieder gut zu wissen Aber das wollen wir ja jetzt nicht Nein stopp Ach egal Die wechsel Die verwandle ich mich nochmal zurück Okay Können wir hier auch noch was machen Okay also nichts richtiges Gut Haben wir das? Okay wir hatten aber noch nicht die KMH meine ich Okay wir hatten aber noch nicht die KMH meine ich Ich bin ein Glück Mann Stimmt ja So jetzt bin ich auch wieder drin im Spiel Aber eine Ult noch und dann gibt's endlich beide an den Spassion Boom Boom Kamehame May we hit Und weiter im Super Saiyajin 2 Und weiter im Super Saiyajin 2 Und weiter im Super Saiyajin 2 Und weiter im Short Ich- Was ist das bei ihr? Ja Zack Okay dann geben wir meine Lieblingsaches Super Saiyajin 1 M03 W- W Was ist das bei euch? Upsi Upsi Dragon feast Damit habe ich euch idiot ja schon gespeudert was ich kann Wir machen doch mal sicherheitshalber machen wir das doch noch mal Okay das ist ein Konter Ja Denkidama warum auch immer Okay So da sollten wir uns jetzt irgendwie, aber fragt mich jetzt bitte nicht wie wir den Ultrasick verwandeln Ja So auf jeden Fall nicht Ah okay 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 Schafft Ja 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 Und die Ult Und die Ultrasick Und die Ultrasick Und die Ultrasick Und die Ultrasick Mal Ja 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 Warn, geh da raus aus der Ecke. Oh, ich liebe es so sehr. Und BOOM. Upsala, das wollt ihr euch gar nicht. So, wir machen nochmal die Attacke und dann verabschiede ich mich schon wieder bei diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen, der Ultranstinkt. Und ja, wir machen beim nächsten Mal weiter mit Vegeta natürlich. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und, ciao.